Arosa Reederei ist ein deutschsprachiges Flusskreuzfahrtsunternehmen, das aktuell eine Flotte von zwölf Flusskreuzfahrtschiffen betreibt, die auf verschiedenen Flüssen in Europa unterwegs sind, wie zum Beispiel dem Rhein, dem Main, der Donau, in Frankreich auf der Saron und Rhone, auf dem Sein, aber auch zum Beispiel in Portugal auf dem Duro-Fluss. Für Arosa suchen wir selbstverständlich, dass es ein deutschsprachiges Unternehmen ist, deutschsprachige Mitarbeiter, wobei verschiedene Positionen auch für Englischsprachige Crew möglich sind, da Arosa auch internationale Gäste an Bord an Schiffer willkommen heißt. Für die Saison 2022, die gewöhnliche Zulogie, dem März, April und bis Dezember, Januar des Folgejahres an Bord, suchen wir verschiedene Crewmitglieder, unter anderem im Küchenbereich als Chefkoch, als Su-Chef, Chef der Party. Für den Ausflugsbereich, das heißt Organisation und Betreuung der Ausfluge, als Ausflugsexperte. Im Restaurantbereich, als Restaurant- und Bar-Stewart. Es gibt an Bord eine Position des Entertainers, das ist eine Position, wo ihr neben DJ-Aufgaben auch das Tagesprogramm anmoderiert oder am Abend die Gäste von außerhalb, die Künstler, die an Bord kommen, anmoderiert oder auch Sicherheitsanweisungen moderiert, wo ihr auch ein bisschen Technik im Raum mit einführen müsst und am Abend auch verschiedene Musik mit einspielen könnt, als ein grundlegendes Musikreportar auch mit vorhanden habt. Dann suchen wir für den Gästeservice, aktuellen Mitarbeiter, das heißt für die Betreuung der Gäste an der Rezeption, einen Front-Office-Supervisor, Rezeptionisten oder auch Night-O-Date für die Nachtbetreuung der Gäste. Dann für den Spa-Bereich, also für den Mitarbeiter für Posmetik- und Massageanwendungen an Bord oder auch den Bike-Guide, den Massage-Guide, wo ihr neben den Massagen, die ihr durchführt, verschiedene Fahrradausflüge entlang des Fahrtgebietes entlang anbietet. Und es gibt auch die Chance für einen erfahrenen Hauskeeper als erste Cabin-Stuart oder Cabin-Stuartist. Arosa bietet euch Schweizer Verträge mit zahlreichen Freizeit- und Urlaubstagen während der Saison. Ihr bekommt ein aktuell sehr attraktives Gehalt angeboten von Arosa. Die Unterkunft und Verpflegung wird euch an Bord gestellt des Unternehmens und die An- und Abreise zum Schiff wird organisiert von Arosa direkt für euch. Für Fragen zu den aktuellen Konditionen und Angeboten mit Arosa kontaktiert uns gerne mit einer kurzen E-Mail an stefan.liebig.backup-jobs.com oder schaut vorbei auf unserer Karriereseite www.backup-jobs.com Ich freue mich schon bald von euch zu lesen und euch beraten zu können über die aktuellen Angebote von Arosa. Bis dahin bleibt gesund und ich wünsche mir alles Gute. Vielen Dank.